Die zweite Folge von Chainsaw Man ist raus und sie war wieder richtig gut, aber es gibt natürlich auch etwas zu kritisieren. Bevor wir aber dazu kommen, fangen wir chronologisch an. Wir befinden uns im Auto, Denji wurde mit eingepackt nach dieser Aktion im Lagerhaus und Makima fängt erstmal an, ihn nach seinem Namen zu fragen, was ich cool finde. Einfach mal jemand Fremdes, der zum Teil ein Teufel ist, mit ins Auto zu nehmen, ohne ihn nach dem Namen zu fragen. Ein klein wenig komisch, aber Makima klärt Denji hier gleich mal auf, was so seine Rolle ist. Und zwar, du bist jetzt mein Haustier und deswegen möchte ich auch ein gutes Haustier haben, nämlich einen Hund, der Ja und Wuff sagt. Ein Hund, der Nein sagt, den kann sie nicht gebrauchen und sie erklärt das auch noch an einem Beispiel, dass Spürhunde, die halt eben nicht mehr Drogen erschnüffeln können, dann eben auch umgebracht werden, weil die nicht mehr zunutze sind. Das heißt, nur solange Denji Makima zu nutzen ist, ist er eben auch ihr Haustier. Und ja, Denji, der zweifelt jetzt so ein bisschen an Makima, denn er hat eigentlich gedacht, das wäre eine voll nette. Und jetzt ist sie doch so eine kleine Psychotante. Er weiß nicht so ganz, was er von ihr halten soll. Das Weiteren krummelt seine ganze Zeit seinen Bauch. Der macht sich bemerkbar, denn Denji hat großen Hunger. Und Makima sagt, okay, wir haben auch noch nichts zu frühstücken gehabt, lass uns mal an einer Raststätte halten. Und da dürfte sich Denji alles aussuchen, was er essen möchte. Und zwar muss er nicht dafür bezahlen, was für ihn schon so eine Art kleiner Traum ist. Und auf diese Weise mag er Makima dann schon wieder sehr. Also das schwankt hier gerade am Anfang von Chainsaw Man hin und her, was er eben von Makima hält. Einmal hält er sie für böse, einmal ist sie für ihn der perfekte Traum oder sogar die Traumfrau. Und an der Stelle muss ich jetzt hier mal einhaken. Denji wirkt nämlich sehr müde. Bevor das Essen kommt, fällt er auch in Ohnmacht. Aber das ist eine sehr komische Situation. Zum einen berührt er dabei Makimas Brüste. Okay, das ist eigentlich nichts Besonderes, aber in Chainsaw Man ja schon. Denn Denji, erster Traum, den er sich quasi erfüllen möchte, ist Brüste anzufassen. Und in dem Sinne hat er es in dieser Szene ja eigentlich schon getan. Später in der Folge wird es darauf hinauslaufen, dass er Brüste bekrapschen oder durchkneten möchte, um diesen Wunsch nochmal zu intensivieren. Aber an diesem Punkt wäre dieser Traum eigentlich im Manga bereits erreicht. Und er wacht dann auch wenig später im Schoß von Makima auf. Seine Nudeln, die Udon-Nudeln mit Curry, sind durchgeweicht. Seine Bratwurst ist höchstwahrscheinlich kalt. Aber er wird jetzt hier von Makima gefüttert, weil er so tut, als könnte er nicht alleine essen. Okay, jetzt kommt hier der zweite Aufreger, denn das ist so im Manga gar nicht passiert, Leute. Okay, ihr habt ihn vielleicht nicht gelesen, deswegen kläre ich euch hier ein klein wenig auf. Denn bevor das Essen nämlich kommt im Manga, wird in der Nähe ein Teufel ein kleines Mädchen angreifen. Ich kann mir gut vorstellen, gerade weil ein kleines Mädchen in diesem Strang involviert ist, dass man das halt eben rausgeschnitten hat. In dem Falle kämpft nämlich hier Denji erst einmal gegen einen sogenannten Muskelteufel. Ja, und dann kommt er wieder zurück und dann sind seine Nudeln aufgeweicht und er lässt sich von Makima füttern, weil er dann wieder ein bisschen geschwächter ist. Denn das ist eigentlich im Grunde eine wichtige Erklärung zu Denjis Kräften. Immer wenn er quasi zum Chainsaw Man wird und die Kettensägen benutzt, ja, da benutzt er kein Benzin dafür, um die anzutreiben, sondern sein eigenes Blut. Das heißt, immer wenn er sich in den Chainsaw Man verwandelt, verliert er demnach auch viel Blut. Und irgendwann ist natürlich auch seine Kraft aufgebraucht. Merkt euch das auf jeden Fall. Das wird im Verlauf von Chainsaw Man das ein oder andere Mal noch sehr wichtig werden. Tja, damit hätten wir schon in der zweiten Folge einen kleinen Aufreger. Aber ich denke mal, es tut nicht größer zur Sache. Und die Anime-Only-Fans, die werden höchstwahrscheinlich das gar nicht bemerken, dass hier ein kompletter Kampf gegen den Muskelteufel fehlt. Aber ich wollte euch auf jeden Fall mal darauf hinweisen, denn es lohnt sich immer auch den Manga von Chainsaw Man zu lesen. Und jetzt kommen wir in die große Stadt nach Tokio und wir kommen zur Behörde gegen Teufelsbekämpfung, wo Makima arbeitet und wo fortan auch Denji arbeiten soll. Er bekommt erstmal eine Uniform, was im Grunde eigentlich so ein halber Anzug ist und Turnschuhe dabei, denn Power trägt später auch dieselben Turnschuhe, wie wir ja bereits im Teaser und in den Trailer gesehen haben. Und er bekommt jetzt quasi so einen Führungsoffizier zur Seite gestellt, nämlich Aki. Aki soll fortan sich um Denji kümmern und nimmt ihn auch direkt mal mit auf Patrouille. Und Denji möchte so ein bisschen über Makima mehr herausfinden, weil er hat sich schon so ein bisschen verknallt. Er hat sich in sie verliebt und möchte dann herausfinden, hat Makima eigentlich einen Freund und hey, wie kann ich bei Makima landen? Er hat ja Makima vorher gefragt, auf welche Typen sie so steht und sie hat halt geantwortet, ich stehe auf Typen, die Denji heißen. Da hat er sich natürlich große Chancen ausgerechnet. Aber Aki, dem geht das Ganze schon gehörig auf den Keks. Er sagt, komm mal mit, wir gehen mal in die Seitengasse. Und da fängt er dann erstmal direkt an, Denji zu verprügeln, bis der dann irgendwo in der Ecke im Müll landelt. Und dann drückt er noch so seine Zigarette auf ihm aus und spuckt drauf, damit die ausgeht. Und sagt dann, ja, für dich ist es besser, wenn du dich jetzt hier verziehst, gell. Und ich werde dann Makima erzählen, dass wir einem Teufel begegnet sind und du Angst bekommen hast und dann ganz schnell weggerannt bist, ich kläre die Sache schon. Aber, ja, Denji, der möchte nicht wegrennen. Er kann es auch gar nicht, aber das kann Aki zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Deswegen wehrt er sich jetzt gegen Aki, indem er halt richtig fies kämpft. Denn er sagt es nämlich Aki hier auch im Anschluss, nachdem er ihm zwischen die Beine getreten hat. Immer wenn er gegen Kerle kämpft, tritt er nur zwischen die Beine. Also er hat kein Interesse an einem fairen Kampf oder so etwas. Er will diesen Kampf nur gewinnen. Das heißt, es kommt jetzt hier zu einer kleinen Prügelei und sagt dann auch nochmal zu Aki, okay, hey Aki, ich meine es zwar mit dieser Teufelsjagd nicht so ernst. Das ist jetzt nicht so mein Bestreben, Teufel zu töten. Ich habe ein anderes Bestreben. Aber ich habe einen guten Grund hier zu sein und ich kann einfach nicht weg. Und ich habe jetzt hier ein super Leben und das werde ich auf keinen Fall aufgeben. Denn der Grund, warum Aki hier Denji verprügelt hat, war halt einfach, dass er Angst hatte, dass Denji hier sein Leben einfach wegwirft. Weil Teufelsjäger werden sehr gut bezahlt, wie wir das ja auch in der ersten Folge schon mitbekommen haben, als Denji so als privater Teufelsjäger quasi unterwegs war für die Jakuza. Und deswegen lassen sich viele Leute darauf ein und viele überschätzen die ganze Sache und sterben halt dabei. Okay, wir sind dann wieder zurück bei der Behörde und dann bekommt hier Aki auch noch gesagt, ja, ihr kommt jetzt miteinander gut aus. Es ist egal, ob ihr euch mögt oder über euch hasst. Aber Denji wird jetzt bei dir einziehen und dann bekommen wir so ein bisschen Slice of Life hier serviert, wie Denji bei Aki lebt. Das geht im Manga eigentlich relativ schnell. Hier haben sie es ein bisschen, ja, ausgebaut, dass Denji sich jetzt hier richtig krassen Toast mit Butter, Marmelade, Mousse und Honig und so weiter. Eigentlich haut er alles drauf, sogar noch Zimt und isst das und findet es voll cool und saut dabei den ganzen Tisch ein. Auch das haben wir ja im Teaser und im Trailer schon bereits gesehen, dass er halt in der Badewanne liegt und dabei Songs trellert und Aki, ja, der hat gar keinen Bock, dass Denji da ist. Und jetzt sollen sie sich so ein bisschen beweisen, denn jetzt gibt es tatsächlich mal einen Auftrag für die Behörde. Ein sogenannter Teufler ist aufgetaucht. Das ist für mich auch so ein kleiner Aufreger, denn im Manga heißen die nämlich Besessene und in der ersten Folge wurde ja auch noch von einem Besessenen gesprochen, nämlich ein Teufel, der Besitz von einem Leichnam übernommen hat. Ja, warum heißen die jetzt Teufler? Und Power wird ja auch dann als Teufler oder Teuflerin bezeichnet. Sehr komische Bezeichnung hier in den Untertiteln. Vielleicht wird das im Verlauf dann noch geändert oder später beim Disc Release. Also ich finde die Bezeichnung bisher noch nicht so gut, aber vielleicht gewöhne ich mich noch daran. Sie kommen zu einem Haus und dort werden wir dann noch das erste Mal sehen, wie so ein Teufler normalerweise aussieht und warum Denji kein Teufler sein kann. Auch bekommt hier Aki im Vorfeld nochmal erklärt, was es eigentlich mit Denji auf sich hat, dass nämlich quasi ein Teufel, in dem Fall Poshita, in Denji lebt und Denji sich halt quasi in einen Teufel verwandeln kann. Und deswegen möchte Aki ihn jetzt hier auch testen und sagt, guck mal da, da ist ein Teufler und du verwandelst dich jetzt mal in einen Teufel und bringst den um. Und Denji hat da irgendwie gar keinen Bock drauf. Er hat eine Axt dabei und haut eben mit diesem Teufler kurzerhand mal den Kopf ab und sagt dann halt, ja, ich bin ja auch für einen Teufler gehalten worden. Ich habe ein bisschen Mitleid. Ich wollte ihm einen schnellen Tod gönnen. Und wenn ich mich jetzt in den Teufel verwandelt habe mit den Kettensägen, das würde viel zu viel Schmerzen dem bereiten. Aber Aki findet das nicht so cool. Er sagt, ja, come on, also das kannst du nicht so bringen. Ich wollte jetzt den Teufel hier sehen. Er geht schon mal raus. Und dann erfahren wir quasi den wahren Grund, warum Denji den jetzt nur so geköpft hat. Er wollte nämlich hier kein Blutbad anrichten, denn dort liegen überall Schmuddelhefte verteilt, die quasi dem Leichnam vorher gehört hat. Und die wollte Denji natürlich einkassieren, denn Denji geht es hier um Möpse. Er will Makimas Möpse anfassen. Er will allgemein einfach Möpse anfassen, weil er auch in dieser Wohnung von diesem Teufler so kurz sinniert, ja, was will ich eigentlich erreichen? Ja, ich habe Poshita im Pakt versprochen, dass ich meine Träume auslebe. Ja, aber was will ich eigentlich? Ich lebe ja schon meinen Traum. Ich kann jeden Tag baden, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe super Essen und sogar eine Frau habe ich kennengelernt. Ja, aber dann hat er überlegt, ja, jetzt will er nicht nur Brüste sehen und vor allem nicht in Heften. Er will sie wirklich anfassen, bekrapschen. Und ich habe es ja im Vorfeld schon erklärt, im Grunde hat er das ja an dieser Raststätte dann schon getan, als er da ohnmächtig geworden ist. Sehr komische Szene allgemein. Aber okay, ich lasse mich da jetzt nicht aufregen deswegen. Also wenn es dann ums Krapschen geht, dann sollte das klar sein. Und dann sind wir wieder zurück bei der Behörde und wir bekommen schon wieder einen neuen Partner für Denji, also beziehungsweise jemanden für Akis Team. An der Stelle mal eine kurze Erklärung zu Akis Team. Das ist so eine Sonderabteilung Nummer 4 und die ist ein bisschen experimentell. Da sind nämlich nur komische Gestalten, unter anderem halt eben auch Denji. Und Denji, ja, der wird als Teufel gewertet, wenn der sich komisch verhalten sollte oder sich entscheiden würde, einfach den Job jetzt hier bei der Behörde aufzugeben, dann darf Aki den töten. Und das gefällt Aki eigentlich sehr gut. Und das Gleiche zählt jetzt hier für die neue Partnerin von Denji. Und da ist sie. Ja, mein Best Girl, meine kleine Waifu. Power taucht endlich auf. Hier bereits in der zweiten Folge, wobei ich da eigentlich schon damit gerechnet habe, nach der ersten Folge. Nur, dass danach noch ein bisschen was kommt, habe ich nicht gerechnet, aber dazu komme ich gleich. Ja, Power stellt sich hier erstmal vor, wie sie es halt tut. Denji wundert sich, warum sie Power heißt. Das ist ja kein gewöhnlicher Name. Aber hier mal eine kleine Erklärung. Diese Teufler oder Besessene ist das bessere Wort. Ich sage es ganz ehrlich. Die geben sich selber Namen. Und die geben sich vor allem Namen, die kraftvoll klingen. Deswegen heißt sie Power. Und wir werden später noch einen sehen, der sich dann Beam nennt. Und so sind halt dann diese Namen von Besessenen, die sich der Behörde angeschlossen haben. Denn Makima erklärt es hier, ja, Power ist umgänglich. So bezeichnet sie das hier. Und nein, ist sie nicht. Also sie ist doch schon ziemlich schwierig, aber das hat Denji schon geahnt. Denn Aki lässt die beiden jetzt erstmal alleine auf Patrouille. Er bekommt auch einen Ausweis, falls Polizisten fragen. Er soll sich auch ein bisschen abseits von den Menschen handeln, weil Power hat halt zwei Hörner und die fallen halt schon auf. Aber er kann sich halt jetzt ausweisen und die Polizisten dann wegschicken. Ja, und sie sollen jetzt einen Teufel töten, damit sie sich beweisen. Aber es taucht nirgendwo ein Teufel auf. Und Power erklärt dann, ja, das liegt natürlich an mir, gell. Ich bin früher ein richtig krasser Teufel gewesen. Sie ist übrigens der Blutteufel, falls ihr fragen solltet. Und deswegen trauen sich andere Teufel nicht in meine Nähe. Ich glaube zwar nicht, dass es so ist, denn Power übertreibt gerne und Power lügt gerne. Merkt euch das für die Zukunft? Deswegen ist sie ja auch das Best Girl hier in Chainsaw Man. Aber das Ganze ist nicht so falsch, was sie sagt. Also wenn ein Teufel, einen stärkeren Teufel riecht, dann hält er sich meistens aus diesem Territorium fern. Das ist auf jeden Fall gar nicht so falsch. Aber Power will jetzt irgendjemanden abschlachten. Sie will Blut, sie will irgendjemanden töten. Und Denji soll jetzt hier irgendjemanden auftreiben. In dem Fall wechseln wir kurz die Szene und wir sehen den Seegurkenteufel dort sitzen. Und ein privater Teufelsjäger ruft gerade nach Verstärkung. Aber das interessiert Power natürlich nicht. Sie springt direkt vom Dach, reißt sich die Pulsadern auf, um aus diesem Blut eben eine Waffe zu generieren. In dem Fall einen riesigen Hammer. Deswegen ist sie der Blutteufel. Sie kann das Blut kontrollieren und daraus Waffen herstellen und zermallt diesen Seegurkenteufel, spritzt alles umher. Und ja, sie steht da drin komplett versaut vom Blut des Seegurkenteufels und lacht sich da kaputt, was sie für ein starker Teufel einfach ist. Und damit endet diese Folge. Und ich fand einfach, das Ende war nur noch fantastisch. Also alles in allem hat mir die Folge sehr, sehr gut gefallen. Klar, die Sache, dass der Muskelteufel weggelassen wurde, ist so ein fader Beigeschmack, weil man sich dann natürlich fragt, wird da noch mehr weggelassen? Gab es einen guten Grund, diesen Strang wegzulassen? Ich habe ja schon erwähnt, da spielt auch ein kleines Mädchen eine Rolle. Das ist in den nächsten Arks so eigentlich nicht der Fall. Da geht es meistens um Erwachsene. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie da eine Ausnahme gemacht haben. Wie gesagt, das ist auch ein bisschen unerheblich, aber man wird es sehen. Es funktioniert auch einfach so und da sollte man sich nicht daran hochziehen. Das ist ansonsten trotzdem ein richtig krasser Anime. Und ich hoffe, es hat euch genauso gefallen, wie es mir gefallen hat. Und wenn das dem Fall so sein sollte und euch auch hier diese Reviews gefallen, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr Chainsaw Man Reviews und natürlich viel mehr Chainsaw Man Content und natürlich auch viel mehr weiteren Anime- und Manga-Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt Chainsaw Man gewogen, bleibt mir gewogen. Ade!